Hi, Manu am Start. Ja, worüber reden? Wir reden über Fotos. Habt ihr eine Kamera? Kamera? Bin ja was für einer. Normale Digicam, ohne Spiegelreflex, Canon, Nikon, sonst irgendwas? Leica? Wird gut zu wissen, hm? Ja, also ich habe eine Kamera. Das hier ist meine Kamera. Das ist eine Nikon. Nikon D3000. Moment. Hier steht's. Da. Aber das sieht man gerade nicht so. Auf jeden Fall ist es eine Nikon D3000. Und ich habe vorhin Fotos gemacht. Deswegen bin ich auch auf das Thema gekommen. Fotos auf meiner Facebook-Seite, aber nur auf meiner normalen Hitsch. Ich glaube, ich sollte mal welche auf die YouTube-Page stellen. Ich habe ein Kopfhörer. Ja. Erzählt mal. Was habt ihr für eine Kamera? 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 Macht ihr damit Bilder von euch? Oder Bilder von anderen? Oder Bilder von Landschaften? Nur so Bilder? Oder gute Bilder? Oder... Was macht ihr für Bilder? Mit eurer Kamera? Mit welcher Kamera? Kamera? Okay. Ich schreibe die Fragen auf. Ich brauche einen Stift. Ich habe einen Stift. So. Dann schreiben wir uns mal die Fragen auf. Die erste Frage ist... Welche Kamera? So. Die zweite Frage ist... So. Was für Bilder? Also Bilder von euch, Bilder von Freunden oder Bilder von Landschaften? Die dritte Frage ist... Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Schnappschüsse oder geplant? So. Das wären meine drei Fragen. Vielleicht fällt mir im Laufe des Videos noch einer ein. Ich rede ja schon zwei Minuten und dreistens... Zwei Minuten, vierzig Sekunden darüber, was Bilder gemacht. Okay. Ich habe vorhin Bilder gemacht. Meine Augen ist so lange geschminkt. So. Und unter anderem diese Kappe aufgehabt. Aber auch nur so. Natürlich meine Haare noch dazu gemacht und so. Und eigentlich auch nur einen Top angehabt. Und ja. Eben gerade die Jacke angezogen, weil es ein bisschen kalb geworden ist. Das Geräusch, was eben war. Mein Roller hat es runtergegangen. Oh. Es sind schon beide runtergegangen. Ähm. Ja. Okay. Dann erzählt mal, was für Bilder ihr macht. Und vielleicht zeigt mir auch Bilder, wie sie auf der Cam auf dem PC halten oder so. Tschüss. 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 Tschüss.